So, meine Lieben, es ist mal wieder Zeit, Urlaub auf El Rubio zu machen. Der schuldet mir noch was. Den habe ich doch letztens einen Gefallen getan. Die Schuld wird er nie ausgleichen können. Sie haben zu werden, um zurückzukommen zu kommen, aber es ist nicht die Russische Militärstrategie. Wir machen keine distinction zwischen Madness und Genius. Okay, come. Wir lassen uns eine Lehre, aber wir wollen jetzt noch einen Fall. GPS-Trag confirmed. Ich habe Ihre Position. Ich habe auch eine Anzahl von CC-TV. Was ist Ihr Insight? weiter hier, sonst schieb ich dich weg immer diese langsamen Schnecken hier Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Wer von euch hat vorher schon bewusst, dass man hier durch ein Dach reingehen kann? Als mein Vater würde sagen, wenn du die Moose gehst, du gehst, verstehst du? Ja, die schwerer sind die Dinge, die du anstattest, und das wird es sein. Das Gras hier sieht doch schön aus. Richtig schön lecker. So, und wer wusste, dass beim Überfall hier die Türen offen sind, der könnt ihr auch währenddessen auch beim PC reingehen und stoppen. Kuckuck, hier bin ich. Blindet Huhn. Die Türen sind überall. Die Türen kommen auf den Power Station jetzt. Turn es auf und die Kameras gehen. Lauf, Junge, lauf! Du stehst mich auch nicht beim Pländern hier, haben wir uns verstanden hier? Gut so. Wenn er Gras braucht, hier liegt doch was. Jetzt kommt hier ein Naudo. Ahaha. Aber die finden keine Spuren, keine Beweise. Das ist das Schöne immer. Das wird nicht hier, wenn das die Leute alle so blind sind. Die ganzen Wachen. Dann auf zum Anwesen. Das ist ja fertig. Wenn man hier ein Wettrennen mit dir und die Autos machen würde, würde ich immer gewinnen. Die NPCs verlieren. Steuerkretz, links nicht vergesst, wenn ihr so reingeht auf diese Variante, dass ihr die Atemmaske habt. Ich fühle schon, wie der Wind bei mir vorbeizieht, wenn ich die MCAT 2 nachher habe. So lange dauert es ja nicht mehr. So einfach kommt man mit vollen Beuteltaschen zum Hof im Anwesen rauf. So einfach und schnell und easy. So einfach. So einfach. So einfach hinzuziehen. So einfach, das ist noch nicht mehr. Do not get distracted by the view. If you fall, I did not break holes to wash off the rocks. Be careful in this area. Mr. Rubio's personal bodyguards, they know their soldiers and they will know you are not one of them. No matter what uniform you are wearing. I'm not sure how to get them out of here. Well, I got them out of here. Because they are so close to the camera. I'm not sure how to get them out of here. What's up? 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 Und wer diesmal mit Alarm durch. Und wer diesmal mit Alarm durch ist. And wer diesmal mit einem Alarm durch. Okay, you are at the scanner. Time to use the tool we got from head of cyber security. You will see a target print and some fragments of previous scans. You just need to cycle through them to match the target. And try not to get shot while you are using it. If you come up against the door you cannot open, I expect you've already killed the man with the key. two, three... Ah, there was the failure... I was still up or a there. oder noch? Ja, das ist gut. We have the combination, but not a lot of time. Let's move. Are you in? Stash the guns and get the gun back in your hand, quick. If you don't have sealed off the drainage pipe, you will have to find another one. They have backup on the way. They have backup on the way. They have backup on the way. Remember, there is always time for the last minute shopping before takeoff. Alright, go ahead. Dispawnt here, okay. Okay. Check it out. Okay. Let's go ahead. Okay. Let's go ahead. Okay. 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 Ich habe übrigens ein bisschen länger erwartet, bis einfach nur das Pro weg war. Gute Nacht, schlaf gut, treu was Schönes. Und an alle, die die schön nicht schlafende Wache gefunden haben und den Erdogan nicht durchgezogen haben, der Schlüssel ist genau hierfür. Dieses schöne Schmuckstück. Ich liebe diese Zufahrt mal trotzdem zu eröffnen. Aber kleine Info, da ist kein Schalldämpfer drauf. Also wirst du am besten denn gleich so eine Waffe mit Schalldämpfer. Oh! 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 Er hat eine Fingerprint-Scan hier, auch? Gut, ich folge den usualen Plan. Cycle durch die Bursche-Prinse, um die Target-Prinse zu matchen, und die Tool wird den Rest machen. Ihr through. Es geht noch nicht vor. Ich muss jetzt die Bursche-Prinse zu machen. Meine Papiere hier. So, was geht's denn da so, hä? Habe ich dir erlaubt zu kicken? Ich glaub mal, ja nicht, ne? Ach, da ist ja der Knopf, ey. Das L. Ruhig wird ja nicht mehr aufs Neues, die er verstecken muss. Gut, nacht du Speiser Käse. Gewiss, ich hab einen ganz anderen Ausgang gewählt, aber egal welchen Ausgang ihr wählt, geht immer hier lang. Dann rein ins Wasser. Dann abtauchen, Steuerkreuz links. Dann kommt man schneller raus, als wenn man jetzt zum ausgewählten Punkt gefährt. Boah, jetzt bin ich schon draußen. Grüß dich, ich bin mal wieder da. Habt ihr dreckige Unterhose mitgebracht? Für nächstes Mal, ne? Das Geld nehme ich dafür gerne. Kannst schön weiterverkaufen oder waschen. Wenn ihr wäscht, bitte richtig fründlich sauber. Dass er beim nächsten Mal auch wieder so geschmeidig läuft. Prost auf sowohl da. Prost auf sowohl da. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Die neue Zeitung Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Bis zum totalen Krieg oder Besinnigung der Politiker Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Wow! Wow! You drive like shit! Oh hell! Ich schreibe mal das Neuestere und Neuesten! Schau mal diese Propagand an! Die denken, die kriegen die Zeitung umsonst hier! Oh mein Gott! Brauchen Sie am besten oder sagen Sie Ihren Kindern und so, Sie sollen die nächsten Stunden, die Sie da noch haben, genießen. Ich kriege keine Gratiszeitung, könnt ihr vergessen hier. Jeder muss für seine Zeitung zahlen. Habe ich nicht gerade was, die sagt hier? Oh crap! Oh crap! Down! Fuck! 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 Genießt die letzten Stunden eures Lebens, denn bald könnte zu spät sein. Fuck! 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 Okay wir müssen hier nach oben, super! 100 Alle sollen hier auf dem Skrummel noch Spaß haben heute. Alle sollen hier auf dem Skrummel wiederholen. der letzte kunde für heute noch was geschafft auch hier wird ausrichten und der titel seite lesen danke und bitte teilen das ist ganz wichtig und hoffen ich weiß was wort ihr might collapse from exhaustion Ich erwickel doch ein neues Liefermotorrad hier. Oh, Alter. Was ist das? Was ist das? Grüße dich, du brauchst das? Okay, dann kriegst du halt was hier. Okay, achso, ich hab ihn gerade verkauft, aber ich hab ihn ja nicht vorher. Okay, super. So meine Damen und Herren, damit hätten wir es geschafft. Die 6 Millionen haben wir geknackt. Jetzt stehe ich den Kauf hier nichts mehr im Weg. Aber ich will mal jetzt kurz AFK, dann geht's weiter. Dann werden wir die nächste Kundenaufgabe erledigen. Den nächsten Kunden wir Glück wünschen. Mit dem Auftrag. Also dann, bis gleich. 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 Was, Sir? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, hold on, hold on. Machen wir mal wieder Banküberfall. Das ist easy, ok? Welche Bank darf es diesmal sein? Ist auch alles ok? Hier ist auch alles easy. Ist sicherlich wie verletzt mal. Alles friedlich gut. Diese Bank ist auch alles easy, wie es aussieht. Ja. Hier geht es heiß her. Guck mal, wir sind heißer. Sorry. Du standst voll im Weg. Schau mal vor, ich habe jetzt keinen Bock vier Kilometer zu fahren. Was machen wir da? Achtet, was die wenigsten heutzutage noch kennen. Schön Champagner auf dem Hinweg trinken. Landeplatz ist geräumt. Ah, du landest heute da oben, ok? Wenn du da oben landest, habe ich zu dir hochgefahren. Da ist meine schöne Mitfahrgelegenheit. Halt. Ich wollte hinten rein und nicht vorne. Hinten ist die schöne Champagner. Prima. Prima, ich möchte sie hier zur Bank. Zu der möchte ich jetzt ganz dringend hin. Dankeschön. Und los gehen. Ah. So guten Caio muss jetzt erstmal ein schöner leckerer Champagner hier sein. Ah, schön lecker. Der schmeckt gut. So einen guten Champagner habe ich schon lange nicht mehr getrunken. Naja, das ist gelogen. Aber egal. Ah, da kann ich mich wieder schön besaufen hier. Hm? Ah, schmeckt das gut. Hm, richtig köstlich. Gleich noch einen bitte, ja? Danke. Ich carry am elf günstig, doch nicht verwertetle ich mich schon lange auf dem엿ren殿ich. Da bin ich nicht auf Electric-Bereich riБden. Die sind ja immer noch nicht da, da kann ich den noch eintrinken. Oder ein Scotch mal bitte. Wollen wir jetzt erstmal schön im Internet noch ein bisschen surfen hier. Ah, ich freue mich schon richtig schön auf das Nutbike Emissionen, richtig geil gemacht. Der ist geil, ja mit Fiegel steil, oh, 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 yeah, 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 der ist cool, cool, cool. Demissionen extra gemacht. Ah, wir sind ja schon da. Danke für einen guten Flug. Oh, 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 oh. Was willst du? Okay, ich habe einen Freund, der wir uns aus unseren Händen nehmen. Okay, watch yourself, wir sind in der competition. Oh, 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 oh. Das war's für heute. 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 An seiner Seite überhaupt nicht annimmt aktuell. Noch der gleiche sein sollte. Brauchst du was? Super. Machen wir jetzt wieder ein bisschen Kohle, das wir erinnern. Zwar nicht viel, aber hey, wir meinen wieder ein Anfang. Also dann, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Wenn es heißt, leere A mal 66 ist wieder live, oder macht wieder ein Gameplay, was da hochlädt. Tschaui.